Kaum jemand hetzt im Netz so radikal und ungestört wie Attila Hildmann. Wir wollen Merkel vors Militärgericht bringen. In der Pandemie hat er sich vom Bestseller-Autor veganer Kochbücher zum Anführer radikaler Corona-Leugner aufgeschwungen. Verbündete sich mit Antisemiten und Neonazis. Wovon Sie euch nichts erzählt haben! Sie haben euch alles verschwiegen! In Deutschland laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn. Sein ehemaliger IT-Berater hat dem SPIEGEL und SPIEGEL TV von Hildmanns Radikalisierung berichtet. Und tausende Dokumente zeigen, dass Hildmann bereits weit vor der Corona-Krise immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz geraten war. Die SPIEGEL-Recherche ist auf großes Interesse gestoßen. Co-Autor Max Hoppenstedt beantwortet einige der Fragen unserer User und Userinnen. Was unsere Recherchen da zeigen ist, dass es falsch wäre anzunehmen, dass Angela Merkel im März 2020 den Shutdown für Deutschland ankündigt und dann zack, plötzlich wird Attila Hildmann zum rechtsradikalen Corona-Leugner. Es ist auch vorher so schon, dass es Probleme im Unternehmen teilweise gab, Probleme finanzieller Natur, Schulden gab, Ärger mit dem Finanzamt, wobei er sagt, das seien keine Schulden, er plane das alles zurückzuzahlen. Es gab vorher schon Konflikte mit Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Ja, das ist so eine Gemengelage, wo man sagen würde, das ist nicht unbedingt nur der Weg eines geraden und unauffälligen Vegankochs und Geschäftsmanns, wie man es vielleicht vorher in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig allgemein zu der Präsenz, die Verschwörungserzählungen in der Corona-Pandemie so in der Öffentlichkeit bekommen haben. Es gibt ja sicherlich einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht sagen, weiß ich nicht, mein Onkel, meine Tante in der Verwandtschaft, da gibt es irgendwie jemanden, der sich radikalisiert hat. Es ist öfter so, dass diese Verschwörungsideologischen oder vielleicht zunächst etwas irre anmutenden Denkmuster auch vorher schon veranlagt gewesen sind. Die Corona-Pandemie war eben auch eine Zeit, wo das dann öffentlich geworden ist. Aber das heißt nicht, dass das nur dadurch entstanden ist. Und bei Attila Hildmann kann man schon sagen, das Narrativ, was er sozusagen versucht zu erzählen, die Pandemie sei die Pandemie einer Diktatur und das zwinge ihn zum Widerstand. Und deswegen müsse er jetzt kämpfen. Das alleine kann nicht das sein, warum er sich heute so äußert, wie er sich äußert. Kai Enderes ist selbst im September sozusagen in die Öffentlichkeit getreten, kann man sagen. Da gab es eine Pressekonferenz mit einem begrenzten Kreis von Journalisten. Einige Medien haben auch darüber berichtet. In dem Zeitraum war auch diese Aktion von Anonymous-Aktivisten, die die Kanäle von Attila Hildmann gekapert, übernommen, lahmgelegt haben, seine Webseite, so eines dieser bekannten Videos mit Guy-Fawkes-Maske und so draufgeschaltet haben. Und da haben wir ohnehin schon auch einen Kontakt zu Herrn Enderes gesucht, um einfach zu recherchieren und herauszufinden, was passiert hier eigentlich gerade, was findet hier statt, völlig unabhängig davon, ob wir da etwas berichten oder nicht. Irgendwann hatten wir dann auch Daten vorliegen und konnten bestimmte Aussagen von Herrn Enderes auch nochmal unabhängig verifizieren oder zusätzlich verifizieren. Da war dann für uns auch klar, okay, wir werden da eine Berichterstattung dazu machen. Was ist das für Journalisten? Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, die Arbeit der Behörden sozusagen zu erleichtern oder zu befördern, indem wir Daten übergeben. Deshalb übergeben wir keine Daten an die Justiz. Wir konnten aber recherchieren und bestätigen, dass sowohl die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, dort die Schwerpunktstelle ZIT für Cybercrime, einen Teil der Daten vorliegen hat, prüft und auswerten möchte daraufhin, ob es Spuren zu Dritten, wie Sie sagen, also anderen Online-Hetzern im Umfeld von Attila Hildmann gibt und auch der Berliner Generalstaatsanwaltschaft liegen offenbar Erkenntnisse aus diesen Daten vor. Also im Vorhinein gab es keinen Druck und selbst wenn es den gegeben hätte, hätte uns das nicht aufgehalten, darüber zu berichten. Das ist so eine emblematische Geschichte für Radikalisierung und für einen der größten Online-Hetzer, den es eben in Zeiten der Corona-Pandemie im deutschsprachigen Raum gibt und gab. Danach, wenn man über sowas berichtet, ist es inzwischen normal, dass man bestimmte Schreiben kriegt. Wenn ich jetzt mal sozusagen auf einen Punkt daraus eingehe, der vielleicht nicht nur von Vulgärsprache getrübt ist, da gibt es dann zum Beispiel den Vorwurf, dass wir sagen würden in unserer Berichterstattung, wir würden alle Kritik an der Corona-Pandemie pauschal als Hetze diffamieren. Das ist ein Vorwurf, der da immer wiederkommt, aber da würde ich entschieden widersprechen. Das, was Adela Hildmann von sich gibt, ist nicht einfach nur politische Kritik an den Corona-Maßnahmen, sondern es ist rechtsextrem, so wie er sagt, er nennt sich ja Ultra-Rechts und das kann auch potenziell gefährlich sein und Leute anstiften. Selbstverständlich haben wir kein Geld für das Interview gezahlt, das ist was, was wir nicht machen. Wir haben auch jetzt nicht versucht, ihn zu überreden. Was wir einfach gemacht haben, ist ganz normale Praxis. Wir haben ihn konfrontiert mit bestimmten Aspekten unserer Recherche, ihn um seine Stellungnahme gebeten oder angefragt. Da kam eine ausgedruckt mehrseitige Antwort zurück. Und ich glaube, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass Adela Hildmann auch, seit er sich sozusagen politisch, öffentlich, so markant als Online-Heads-Up positioniert, immer noch eine Person ist, die gerne in der Öffentlichkeit steht. Und ja, so kam eben dann das Interview zustande, was die Kollegen von SPIEGEL TV ja dann auch noch im Video führen konnten. Wir haben auch noch mit anderen Personen gesprochen, die sozusagen den Weg von Adela Hildmann ein Stück weit begleitet haben. Da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auch in der Zeit vor Beginn der Corona-Pandemie. Und da haben wir sozusagen im Zuge unserer Recherche diverse Personen auch angefragt, einfach um mehr darüber herauszufinden, wie die Radikalisierung ablief und einfach mit Personen zu sprechen. Unterstützt würde ich nicht sagen. Also es gab jetzt irgendwie keine Hilfestellung oder so. Es waren einfach Rechercheanfragen. Wir haben ganz viele Gespräche geführt, um uns eben einfach selbst ein Bild machen zu können. Also zu diesem speziellen Fall muss ich dazu sagen, dass es gar nicht ganz klar ist, ob das wirklich gehackte Daten sind. Das ist ja was, was Adela Hildmann jetzt auch in seinen Äußerungen zu unserer Berichterstattung und auch zur Berichterstattung der Kollegen sagt, kein Änderes sei ein Hacker und so weiter, sozusagen als Verteidigung. Der juristisch relevante Paragraf wäre 202a. Da geht es um das Ausspähen von Daten und es ist überhaupt nicht klar, ob das hier gegeben ist. Denn entscheidend dafür, dass man gegen 202a verstößt, ist, dass eine Zugangsbeschränkung überwunden wurde. Also ein Passwort geknackt, irgendwie Schadsoftware benutzt, um sich irgendwo reinzuhacken, umgangssprachlich gesagt. Und es ist ja hier aber so gewesen, dass Kai Änderes beauftragt wurde, die Kanäle und die Konten von Adela Hildmann zu pflegen und dadurch einen legalen, legitimen Zugriff hatte auf diese Daten. Natürlich könnte man auch argumentieren, dass er trotzdem damit nicht das gemacht hat, was Hildmann wollte mit diesem Zugriff dann am Ende. Aber ob das wirklich ein Verstoß ist gegen diesen Hacking Paragraf 202a, ist alles andere als sicher. Ja, unabhängig von diesem speziellen Fall ist es so, dass es grundsätzlich für uns als Journalistinnen und Journalisten legal ist, mit gehackten Daten zu arbeiten, wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Das ist in diesem Fall ganz eindeutig gegeben. Natürlich hat auch Adela Hildmann ein Recht auf Privatsphäre und wir benutzen für unsere Recherche nur die Aspekte von Daten, die für die Öffentlichkeit relevant sind und so Fragen betreffen wie, wie kam es zur Radikalisierung, was lief da hinter den Kulissen dieser Hetzkanäle. Das ist das, was wir natürlich beantworten wollen und die vielen anderen Fragen, die wir aufgeworfen haben. Und mit diesem Fokus ist es für uns erlaubt, mit gehackten Daten zu arbeiten, wenn wir das sorgfältig und natürlich vertraulich tun.